Mainz zeigt sich an diesem Sommerabend von der schönsten Seite. Für einen Moment nehmen wir am pulsierenden Stadtflieden teil. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Selbst nach 26 Ehejahren war es mir sehr wichtig, Elisabeth nicht aus den Augen zu verlieren. Vorhin war ein Hinweis dafür, dass wir auf dem Radweg nach Hugenheim unterwegs sind. Dass Leute darauf finden, dass wir richtig sind. Jetzt haben wir das Stückchen zurück. Wir müssen doch den Radweg da übernehmen. ... ... Vielen Dank.